Hallo und Gute zur Jahresabschluss-Sendung von Schoki-Banucki-Ready. Hui, ist es schon wieder so weit. Das Jahr ist schon rum, 31. Dezember, letzte Folge des Jahres mit Marc, der Mastermind auf Schoki-Banucki. Und Christian, das bin ich. Ja, Marc, 31. Dezember. Oh Mann. Ja, ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Richtig. Und ja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es mal wieder geschafft. 31. Dezember, wir haben natürlich auch heute ein Geburtstagskind. Happy Birthday. Am 31. Dezember 1943 wurde John Denver geboren. John Denver hat heute Geburtstag am 31. Denver, ja. Er war ein US-amerikanischer Country-Musiker oder Country-Musiker. Country. Und ein Lied, das kennst du ganz bestimmt von ihm, Country Roads. Take Me Home, Country Roads, ja. Das ist von John Denver, genau. Happy Birthday, John. Richtig. Start am 12. Oktober 1997. Dann alles Gute, John. Ja. Auch am 31. Dezember 1999. Die Vereinigten Staaten von Amerika übergeben die Panama-Kanalzone an Panama. Ja, richtig. Mensch. Ja, sehr offensichtlich, aber doch ein geschichtsträchtiger Tag der 31. Dezember. Für Panama. Da konnten die ja Silvester in ihrer eigenen Panama-Kanalzone feiern. Richtig, ja. Oh, wie schön ist Panama. Oh, wie schön ist Panama. Oh, wie schön ist Panama. Ja. Alles Gute, Panama. Alles Gute, Panama. Ja, was haben wir denn noch? Am 31. Dezember 1991 wurde die Sowjetunion offiziell aufgelöst. Oh, in die GUS. In die GUS-Staaten. Stimmt, genau. Aufgesplittet sozusagen. Am 91. Das ist schon so lange her, krass. Ja, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Wie schnell die Zeit so davon rast. Und ja, apropos Zeit davon rasen. Morgen werden wir wahrscheinlich wieder nichts wissen von heute Abend. Ja. Aber wie gesagt, nutzt euer Wissen, das wir euch jetzt vermittelt haben, und für die Silvesterparty heute Abend. Richtig, genau. Wir stimmen uns, glaube ich, schon mal ein bisschen ein. Also, Prost Neujahr schon mal. Lecker Bierchen, ne? Alles klar. Alles Gute. Auf dich, ne? Frohes Neues euch da draußen. Auf euch. Frohes Neues Jahr euch allen da draußen. Macht's gut. Tschüssi. Was statuerhaft. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020